Jau Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, 15.04 Florian und ich habe mich jetzt gerade vor ungefähr einer Stunde mal an einen Beat gesetzt, hab mir gedacht komm, kannst du doch mal versuchen, vielleicht Chefs, das ist ein Rockbeat, hatte ich ja schon mal gehaften, diesmal habe ich mich an einen Hip-Hop Beat gesetzt und wieder gedenkt, könnt ihr jetzt gleich nach dieser kurzen Sprachinformationen hören, ihr könnt ihn euch runterladen, für jeden Mist verwenden, ihr müsst bloß anmerken, dass ihr von meinem Kanal kommt, mehr müsst ihr nicht machen, könnt ihr ihn benutzen, wenn er euch gefällt, schreibt gerne Kritik in die Kommentare, würde mich freuen, was ich hier finde, sich ändern sollte an dem Beat oder so und ja, somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Beat, ich werde jetzt öfters mal ein paar Beats produzieren und ja, das war es eigentlich schon mit dieser kurzen Sprachnachricht, also viel Spaß. Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020